Ich auch, mein Freund. Ich auch. Wo ist der gute Stoff? Her damit. Hey, hey, hey. Da sehe ich doch noch was. So geil der Photomotos doch ist. So ein bisschen, äh, manchmal, dann falsch zu drücken. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Oh Gott. Äh. Ha, ha, ha. Uruks Durchschleichttötung. Verdammt, der ist da oben. Kein Anführer weit und breit. Ich sage, wir saufen den ganzen Grog und behaupten, der Grabfandler hätte es getan. Haben die den Grog hier unten? Nein. Nun hat Sprengstoff im Waffenarsenal. Deshalb denke ich, wir werden mit denen marschieren. Moment, ich kann aber hier hochgehen und da rüber laufen. Sehen die mich dann nicht sofort. Ich sehe die mich dann nicht sofort. Jetzt denk mal kurz nach. Technisch gesehen war es kein Geräusch. Okay. Wo sind die Fässer? Da ist eins. Nee. Ach, diese Fässer. Speziell. Ich muss da hingehen? Echt jetzt? Kann ich da rüber laufen? Könnte ich. Problem ist nur, was ist das? Naja, kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Was ist mit Pico und Ischka geschehen? Woher soll ich da drüben hat sich etwas bewegt? Ich war damit beschäftigt. Scheiße. Habst du bloß eingebäht? Du willst immer noch kämpfen. Schnell weg hier. Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich habe Probleme, es ist nur, wie zur Hölle soll ich da runterkommen? Sind es denn insgesamt nur fünf? Sieht ein bisschen so aus. Das könnte noch interessant werden. Singen die? Hallo. Let's move. Ich muss... Ich dachte nicht, dass der jetzt da runterkommt. Dieser Gestank unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Zumindest habe ich fast alle Fässer hier verhiftet. Oh, das könnte schwierig werden da unten. Da sind nämlich einmal... Ich kann einfach den Bogen benutzen. Mein Gott, da ist ein... Okay, der ist eingesperrt. Ist da unten einer? Tatsächlich ist hier unten kein Ork. Das ist gut. Hallo. Jetzt gilt es nur noch, zu warten. Du hast überhaupt nichts gesehen. Komm mit mir. Komm mit mir. Warum ist sie so gelb? Sagt das nicht zu früh, Fräulein. Fräulein Elb. Denn ich weiß nicht, ob ich damit... Also ich weiß es natürlich nicht, aber... Hä? Ich sag mal, die Tatsache, dass es Herr der Ringe überhaupt gibt, beweist ja, dass wir nicht wirklich was verändern. Das stunkle Monument. Hm. Ich guck gerade mal, wie sieht es denn hier mit Verbesserung aus. Von acht auf fünf? Das ist sehr gut. Das will ich. Dafür muss ich mehr Machtkämpfe abschießen. Ich würde sagen, dann machen wir das mal. Ein paar Machtkämpfe. Hier unten haben wir direkt einen. Das sollte nicht das Problem sein. Okay. Direkt hier unten. Könnt mich mal. Höch, die Becher. Viel dümmer könnte ja wohl nicht werden. Höch, die Becher. Der ist Immun-Gang. Ja, ja. Das ist sowas, dachte ich mir schon. Sowas in der Richtung. Hey. Kannst du mal hier bitte stehen bleiben? Ganz gut, das ist ja fast so, dass uns kein Mensch mitbekommen hat. Glaubst du? Hast Niederlagen. Wollen wir das jetzt was sagen? Oha. Der regeneriert Gesundheit, die Sau. Oh, ne, 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 ne. Das ist nicht cool. Komm, zingel gehen. Fuck. Ist das jetzt auch noch einer von denen? Ja. Hä? Oh mein Gott. Aber wie soll ich den denn besiegen, wenn er keinen Schaden bekommt und ich... Lass mich einfach gehen. Ja, natürlich kommen die anderen jetzt. Aber... Solange ich hier noch... Okay, vergesst es. Hallo. Hey. 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 Ich habe dich beobachtet. Oh. Und auf den perfekten Zeitpunkt für den Angriff gewartet. Hier und jetzt beende ich dein nutzloses Leben. Warum müssen es denn immer 10 sein? Warum nicht mal ein einziger nur? Zähm mir keinen Scheiß jetzt. So. Haben wir noch einen. Das ist einer von denen hier. Das ist natürlich nicht so gut. Deswegen gehe ich mal hier bis hier rum und dann hier hoch. Und hier irgendwo waren diese Pfeile. Genau. Kann ich den wegmachen und... Den hier. Hey. Ach du Scheiße. Ich... Ich habe doch... Du würdest anders ohne Rache suchen, wenn du klug wärst. Das Ding ist so weit weg da... Ich komme gar nicht in der Zeit in diesen Kreis rein. Ja, das ist okay. Weg damit. Was ist das für eine magische... Für eine magische... Leck mich. Ein bisschen anderen hier hinten. Da, Ausgeburt. Den will ich. Die hässliche Ausgeburt. Warum ist es nicht mal... Ich meine bei einem Duell. Wo zwei gegeneinander kämpfen. Kann ich verstehen, dass da zwei auftauchen. Aber es sind seltener wirklich zwei Stück, als man denkt. Das eben war nur einer, der Leute rekrutieren wollte. Das stand zwar Duell, aber... In der Beschreibung hat nichts von einem Zweiten gestanden. Und das habe ich nicht gesehen. Und es sind immer zehn. Kommt noch einer und noch einer. Aber der, der kann Gift. Der andere hat Explosionsweise. Der nächste hat Quantenpfeile. Womit er dich in die 13. Dimension teleportieren kann. Hallo? Dann kriegst du diese letzte Chance. Das ist dieser Kreis. Aber... Aber der Knopf, den du drücken musst, der ist dann... Am nächsten Bildschirm. Soll ich doch mal zugucken, bis einer den anderen getötet hat? Oder ein bisschen reinpiksen? Mit meinem Bohren. Ich schlag dich zu Brei. Dann trampel ich auf dem Brei herum. Genug der Zeremonie. Komm her und stirb. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da erst was machen soll. Ich mach mal ein bisschen rundherum den ganzen Dreck weg. Flieeeesh. Nee, stopp, 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 stopp. Zeit zum Mordeln. Ja. Du riechst etwas. Oh, einer ist tot. Der ist tot? Oha. Schnapp ich mir jetzt wohl den anderen. Duell gelöst. Der kriegt jetzt natürlich... ...ein paar Punkte. Aber fünf ist trotzdem nicht viel. Wer soll denn bitte hierher kommen? Abfluch! Glaubst du? Das halte ich für ein Gerücht. Ich würde terrorisieren auf den machen. Verdammt, jetzt habe ich es falsch... Okay. Abfluch! Okay, was war das gerade? Vor allem, als ich da runtergesprungen bin. Am letzten Mal bist du ja recht schnell abgezischt. Ah, aha. Als ich tot war vielleicht. Daran schon mal gedacht. In den Arsch. Einfach nur zur Demütigung. Was mache ich denn da? Hallo, kann der mal... Zünde das... Verzünde das... Ah, ich bin in einer Festung. Vielleicht... Nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Ist mir gerade so egal, ob der jetzt... Dass er hier... Harte Verstärkung ruft. Er ist hier Schüchte. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da hinten. Warum ist er nicht zu dem hier oben gegangen? Vielleicht hat er gewusst... ...dass ich ihn töten werde. Wenn er es probiert. Okay, neue Verbesserungen gibt es aber trotzdem noch nicht, oder? Nicht genügend P macht. Ach, da oben steht es ja. 29. Ähm, das heißt... 29. Was bringt mir das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach. Weil... Das hier Punkt... ...anstatt oben auf der Mauer zu landen. Habt ihr das gehört? Das hat niemand außer dir gehört. Wow. Wow. Sorry. Hab ich ihn jetzt gekillt? Nee. Schade. Die sind nämlich unsterblich. Genau, genau. Ähm... Wie geht's euch? Können wir darüber reden? Hä? Okay. Acht Macht gibt er mir. Das ist nicht so viel. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr dafür bekomme, einfach. Oh, der Boss. Oh, oh, oh. Jetzt zieht das aber hier ganz groß auf. Kann ich ihn hier dran vorbei... Nee, das ist nicht zum Explodieren, ne? Aber... Ich habe die Fähigkeit, mit dem Bohren zu schießen. Daneben. Letzter Schuss. Deine Arme. Deine Arme. Was Besseres hat... Hä? Was Besseres hat er nicht zu bieten, als... Ich zerfetze deine Arme? Ist das dein Ernst? Hey, 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 hey. Von der Kopfnusser hat keiner was gesagt. Dann... Oh, ja, doch. Ich klammle mal ein paar von den Pfeilen. Sehr schön. Wie viel gab es denn jetzt? Wie viel Macht? Achtzehn. Ja, ist aber immer noch nicht genug. Noch nicht genug. Belohnung 40. Ei, das... Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, ne? Ich möchte schon... Also die Fähigkeiten... Obwohl ich gesagt habe, ich werde nicht alles machen. Ich rede natürlich von den Nebenquests. Nebenquests. Missionen... Also die Hauptmissionen, ja. Die Nebenquests... Äh... Weiß ich nicht. Ähm... Sorry. Aber so Sachen wie... Alle Fähigkeiten... Äh... Schon wichtig. Also... Ich hoffe wirklich... Diese Aufnahme ist synchron. Also wenn ihr diese Folge seht... Ist es synchron. Zumindest... Gehe ich mal davon aus. Wenn nicht... Dann... Spreche ich sowieso nur... Mit mir selbst. Grosch-Trollsohn. Du Scheiß. Das ist ja hässlich. Shit. Hab mir eine Menge Uruks zum Hinrichten beschafft. Lass mich frei und ich töte dich nicht. Hä? Er richtet ihn hin. Wie wär's, wenn ich ihn hinrichte einfach? Hä? Wo ist das Problem? Der... Ah... Der andere wird jetzt natürlich... Aufsteigen. Ne, 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 ne. Der Mugluk hat er nicht hingerichtet. Das war schon ich. Das könnte interessant hier werden. Mit so vielen Anhängern. Weil da alle Schützen sind. Ja... Das ist ein leichtes Problem mit Schützen. Scheiße. Könnt ihr mal hier hochkommen? Alter. Guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Kommen die hoch? Ja, sie kommen hoch. Wie gut. Wie gut. Hahaha. Weg mit ihr. Ah. Komm schon. Und ab mit ihr. Und... Was bleibt noch? Der Chef himself üblich. Ne, kicken wir direkt nach unten, wenn's funktioniert. Das war bis jetzt zwar immer der Fall. Allerdings... Wird das heute nicht so... Ach, du dumme Sau. Hey, 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 hey. Okay. Mal wetten. Warte, warum verliere ich denn Leben, wenn ich das mache? Fuck. Das war das Halsche. Ich verliere... Der verliere überhaupt kein Leben. Ja, aber was soll ich denn gegen ihn machen, bitte? Moment, ich guck gerade mal ganz kurz. Es ist der Ausbilder, ja? Ähm... Nein, nein. Das ist er. Hat der irgendwelche... Schwächen? Natürlich seh ich die jetzt nicht. Fuck. Vielleicht sollte ich das mal echt machen, damit ich weiß, wie ich die bekämpfen kann. nicht mehr so, dass ich es zweit potem bin. Okay, ich bin jetzt, wenn della Familie werden, meine meticke, kannst du dir auch Ich kröpfe da nicht. Ich bin da Bitcoin. Ich bin daギap pas mal. Vielen Dank.